Nicht nur in Katalonien gab es in diesem Jahrzehnt ein Unabhängigkeitsreferendum. Nein, 2014 gab es bereits ein solches in Schottland und dieses schottische Unabhängigkeitsreferendum hatte zum Ergebnis, dass eine Mehrheit die Unabhängigkeit Schottlands abgelehnt hatte. Und da dachte man damals, naja, damit hat sich das zunächst einmal erledigt mit einer möglichen schottischen Unabhängigkeit, es wird wohl in naher Zukunft kein weiteres Unabhängigkeitsreferendum mehr geben. Dann kam es aber 2016 zur Abstimmung über den Brexit. Und da war das Wahlverhalten der Schotten deutlich anders, als das Gesamtergebnis dieser Abstimmung gezeigt hat. Das Gesamtergebnis kennt ihr ja. Es gab eine schwache absolute Mehrheit, zumindest eine kleine absolute Mehrheit, für den EU-Ausstieg des Vereinigten Königreiches. Und in Schottland war das Ergebnis ganz anders, da wollte eine ganz deutliche absolute Mehrheit in der EU bleiben. Und infolge dieser Brexit-Abstimmung ist es so gewesen, dass es in Schottland wieder vermehrt Stimmen gab in der schottischen Regierung, die ein zweites Unabhängigkeitsreferendum haben wollte. Und jetzt gab es seit dieser Brexit-Abstimmung im Jahre 2016 entsprechende Schritte hin zu einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum. Und möglicherweise wird ein solches im Jahre 2019 auch abgehalten werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sieht es denn momentan aus? Was ist der aktuelle Stand der Dinge? Wie weit sind also die Planungen für ein mögliches zweites Unabhängigkeitsreferendum? Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie ist denn momentan die Stimmung in der schottischen Bevölkerung? Gibt es überhaupt tendenziell eine absolute Mehrheit für eine Unabhängigkeit Schottlands oder nicht? Das alles wollen wir uns in diesem Video anschauen. Und zunächst einmal beginnen möchte ich mit dem Blick auf das Ergebnis des ersten Referendums zur Unabhängigkeit Schottlands. Dieses Referendum fand am 18. September 2014 statt. Ich hatte es ja eben erwähnt. Es kam keine absolute Mehrheit für die Unabhängigkeit Schottlands zustande. Ihr seht es hier beim Ergebnis. 44,7% der gültigen Stimmen waren jene für eine Unabhängigkeit Schottlands und dementsprechend 55,3% waren gegen eine Unabhängigkeit Schottlands. Die Wahlbeteiligung war auch sehr hoch mit 84,59%. Das heißt, das Ergebnis ist schon repräsentativ. Es war jetzt also nicht so, dass nur, sagen wir, 30% teilgenommen hätten. Und dann könnte man natürlich die Frage aufwerfen, was ist eigentlich jetzt mit den anderen 70%? Das ist also mit 84,59% schon ziemlich aussagekräftig. Allerdings kann man natürlich auch sagen, 44,7% sind jetzt auch nicht so wenig Befürworter für eine Unabhängigkeit Schottlands. Auf dieser Karte könnt ihr das Ergebnis des Referendums noch etwas genauer betrachten. Und zwar seht ihr hier die 32 Bezirke Schottlands. Und ihr seht eingefärbt, ob es eine Mehrheit für die Unabhängigkeit Schottlands gegeben hat oder nicht. Grün bedeutet, es gab eine Mehrheit für die Unabhängigkeit Schottlands. Und rot bedeutet, es gab keine Mehrheit für die Unabhängigkeit Schottlands. Beziehungsweise anders gesagt, es gab eine Mehrheit gegen die Unabhängigkeit Schottlands. Und ihr könnt sehen, es sind nur ganz wenige Bezirke grün eingefärbt. Genau genommen sind es nämlich nur vier. Dazu zählen unter anderem die Städte Dundee und Glasgow. Und alle anderen Bezirke, also 28 der 32 Bezirke, sind rot eingefärbt. Und je dunkelroter die Farbe ist, desto größer war auch die Ablehnung für die Unabhängigkeit Schottlands. Letztendlich kamen etwa 1,6 Millionen Stimmen auf Seiten der Unabhängigkeitsbefürworter zusammen. Und etwa 2 Millionen Stimmen kamen bei den Gegnern zusammen. Ganz wichtig zu sagen ist an dieser Stelle noch, dass die SNP ein starker Motor der Unabhängigkeitsbewegung in Schottland ist. Die SNP ist die Scottish National Party. Und die SNP hatte damals und hat auch heute noch, das ist Stand der Dinge 28. Juli 2018, die größte Fraktion im schottischen Parlament. Wie gesagt, nach diesem ersten Unabhängigkeitsreferendum sah es nicht so aus, als würde es in der nahen Zukunft wieder ein neues Unabhängigkeitsreferendum geben. Dann gab es aber, wie gesagt, dieses Referendum über den EU-Austritt des Vereinigten Königreiches. Dieses fand am 23. Juni 2016 statt. Das Ergebnis, das ist euch mit sehr, sehr großer Sicherheit allen bekannt. Und es gab eine knappe absolute Mehrheit, die für den Austritt aus der EU gestimmt hat. 51,89% waren dies gegenüber 48,11%, die für einen EU-Verbleib gestimmt haben. Und wenn wir uns jetzt das Ergebnis in Schottland anschauen, dann sehen wir, ist es deutlich anders als das Gesamtergebnis über das gesamte Vereinigte Königreich. In Schottland stimmten 38% für einen EU-Austritt, aber 32% sind dagegen gewesen und wollten in der EU verbleiben. Und wenn wir mal kartografisch reinschauen, wer hat wie gestimmt im Vereinigten Königreich, dann sehen wir, ist Schottland das einzige große Gebiet im Vereinigten Königreich, das komplett in allen Bezirken gegen einen EU-Austritt gestimmt hat. Ansonsten können wir noch sehen, dass es in Nordirland viele gelb eingefärbte Bezirke gab, also viele Bezirke, die gegen einen EU-Austritt gestimmt haben. Aber wir sehen auch, in Nordirland gab es eben auch Bezirke, die mehrheitlich für einen Austritt gestimmt haben. Also wie gesagt, Schottland war das einzige große Gebiet des Vereinigten Königreiches, das komplett in jedem Bezirk mehrheitlich gegen einen EU-Austritt gestimmt hat. Und dieses Wahlverhalten, das hat jetzt die SNP wieder angespornt, ein neues zweites Unabhängigkeitsreferendum in Erwägung zu ziehen. Die erste Ministerin Schottlands, Nicola Sturgeon, hatte nach dem Ergebnis des Referendums angegeben, dass Schottland nicht automatisch mit dem Rest des Vereinigten Königreiches aus der EU austreten werde. Also es ist nicht gesagt, dass Schottland da auch mitmachen werde. Zwei Tage nach dem Referendum hatte das schottische Parlament bereits die Vorbereitung eines zweiten Unabhängigkeitsreferendums beschlossen. Und am 20. Oktober 2016 gab es dann einen Gesetzesentwurf für ein zweites Referendum. Und ein wichtiges Datum ist dann der 28. März 2017. Denn an jenem Tag hatte das schottische Parlament mehrheitlich für die Durchführung eines zweiten Referendums gestimmt. Und zwar mit 69 zu 59 Stimmen. Dieser Wunsch nach einem zweiten Referendum, der stieß aber bei der Regierung des Vereinigten Königreiches, also bei Theresa May und den Conservatives, auf Ablehnung. Sie sind eigentlich nicht gewillt, nochmal ein zweites Referendum jetzt in der nächsten Zeit zu gestatten. Nichtsdestotrotz war es so, dass in Schottland der Wille da war, ein zweites Referendum durchzuführen. Dann gab es allerdings am 8. Juni 2017 die Unterhauswahl. Und hier seht ihr das Ergebnis für das gesamte Vereinigte Königreich. Und die SNP, die ihr hier ganz links seht, die hat eine Niederlage im Grunde einfahren müssen und ertragen müssen. Sie hat zwar immer noch mehr als die Hälfte der schottischen Sitze gewonnen, aber trotzdem war das Ergebnis 2017 deutlich schlechter als jenes von 2015. Und zwar, prozentual gesehen hat man 1,8% an Stimmen verloren, aufs gesamte Vereinigte Königreich gerechnet. Und man kam auf nur noch 3,0%. Aber viel aussagekräftiger ist in diesem Fall, wie viele Sitze auch wirklich gewonnen worden sind. Und das waren 35. Und 2015 hatte die SNP noch 56 geholt. Und das heißt, letztendlich hat man 21 Sitze verloren. Und das wurde damit gedeutet, dass die Pläne der SNP, ein zweites Referendum durchzuführen, bei vielen Schotten nicht so auf Zustimmung trifft, wie es eben die SNP erhofft hat. Und das hat dann möglicherweise mit zu dieser Wahlschlappe der SNP geführt. Die Reaktion von Nicola Sturgeon war dann jene, dass sie angegeben hat, über das Referendum nachzudenken. Und letztendlich ist sie zu folgendem Entschluss gekommen. Sie hatte angekündigt, über das Referendum zu entscheiden, wenn die Brexit-Verhandlungsergebnisse vorliegen würden. Also wenn die Ergebnisse etwa Herbst 2018 oder etwas später vorliegen werden, dann wird sie entscheiden, ob sie ein zweites Unabhängigkeitsreferendum durchführen lassen möchte oder nicht. Jetzt stellt sich aber trotzdem die Frage, wie sieht es denn momentan nach neuesten Umfragen aus? Gibt es denn überhaupt eine Mehrheit für die Unabhängigkeit Schottlands in Schottland? Wenn wir jetzt dieses Ergebnis der Unterhauswahl mal zugrunde legen, dann liegt es zumindest nahe, dass es eine solche Mehrheit nicht gibt. Denn sonst hätte die SNP ein besseres Ergebnis eingefahren. Schauen wir uns mal an, wie die neuesten Umfragen aussehen. Und zwar seht ihr hier alle neun Umfragen, beziehungsweise alle Umfragen des Jahres 2018. Und da seht ihr, bei jeder einzelnen Umfrage lag das Nein-Lager, also lagen die Gegner der Unabhängigkeit Schottlands vorne. Allerdings sieht man auch, es ist unterschiedlich, wie stark dieses Nein-Lager vorne lag. Hier am 16. Januar betrug der Vorsprung 13%. Hier bei einer Umfrage, beziehungsweise vom 11. März 2018, waren es gerade mal 4%. Dann gab es hier am 28. März und am 13. Juni Umfragen, da gab es eine absolute Mehrheit für die Gegner der Unabhängigkeit Schottlands. Und die letzte, jüngste und neueste Umfrage stand 28. Juli 2018, ist eine vom 10. Juli 2018. Und da beträgt der Vorsprung des Nein-Lagers 6%. Man sieht aber, es gibt auch 12% Unentschlossene. Und demzufolge kann man momentan festhalten, es sieht im Grunde so aus wie beim ersten Referendum über die Unabhängigkeit. Das Ja-Lager, also das Lager für die Unabhängigkeit Schottlands, scheint momentan keine absolute Mehrheit in Schottland hinter sich zu wissen. Auch wenn es, je nach Umfrage, einen noch großen Anteil an Unentschlossenen gibt, die durchaus noch das Zünglein an der Waage sein könnten. Je nachdem eben, wie eng der Abstand nun wirklich ist. Man sieht das ja, wie ich gesagt habe, der Unterschied ist von Umfrage zu Umfrage doch teilweise deutlich anders. 12% am 13. Juni und 6% am 10. Juli. Wenn wir also ein Fazit aus diesen neuesten Umfragen, beziehungsweise aus den Umfragen 2018 ziehen wollen, dann jene, das Ja-Lager kommt etwa auf 41%. Das war jetzt der Wert, den sie in letzter Zeit häufig bekommen hat. Und das Nein-Lager hat am häufigsten 50% bekommen. Das ist so etwa der Bereich, in dem das Ja- und das Nein-Lager zurzeit liegen. Zum Abschluss können wir natürlich auch nochmal schauen, wie sieht es denn für die S&P in Schottland überhaupt aus. Seit der letzten Wahl hat sie sich ein bisschen erholt oder geht die Talfahrt noch weiter? Und hier sehen wir auf dieser Folie, dass es für die S&P jetzt doch zuletzt besser geworden ist. Mit 42% liegt sie schottlandweit bei plus 5,1% im Vergleich zur letzten Wahl. Damit würde sie sich also deutlich erholen und würde die größten Zugewinne einfahren von allen Parteien in Schottland. Und damit sehen wir, die S&P hat wieder Wählerinnen und Wähler zurückgewonnen seit der Unterhauswahl von 2017. Das könnte natürlich ein Indikator auch dafür sein, dass die S&P in ihrem Kurs momentan auch mehr bestärkt wird. Damit sind wir jetzt am Ende von diesem Video angelangt. Die erste Frage lautete, gibt es womöglich 2019 ein zweites Unabhängigkeitsreferendum? Die Antwort darauf lautet, es ist durchaus möglich. Schritte hin zu einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum wurden gemacht, wie ihr gesehen habt. Zuletzt hat man sich etwas gebremst in Schottland, zumindest von Seiten der schottischen Regierung und will erstmal abwarten, was die Ergebnisse der Brexit-Verhandlungen sein werden. Aber je nachdem, wie diese Ergebnisse lauten werden und was das für Schottland bedeuten wird, kann es sein, dass dann infolge dieser Ergebnisse ein zweites Unabhängigkeitsreferendum vorangetrieben werden wird von Seiten der S&P. Und dann könnte es 2019 vielleicht zu einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum kommen. Und die zweite Frage lautete, wie sieht es denn aus? Gibt es denn eine Mehrheit für die Unabhängigkeit Schottlands? Und da habt ihr gesehen, diese gibt es momentan ganz klar nicht. Unmittelbar nach dem Brexit-Votum im Übrigen gab es mal in Umfragen eine klare absolute Mehrheit für die Unabhängigkeitsbefürworter. Aber das hat sich mittlerweile, wie ihr ja gesehen habt, gelegt und umgekehrt. Das Nein-Lager, also das Lager gegen eine staatliche Unabhängigkeit Schottlands liegt vorne. Soviel also mal zu diesem Video mit dem aktuellen Stand der Dinge, Klammer auf Stand 28 Seguli 2018. Und das soll es zu diesem Video gewesen sein.